so ich bin jetzt gerade im moviepark und hier seht ihr die achterbahn die würde ich versuchen die fett ist auch schön los die würde ich auch gerne versuchen nachzubauen im planet coaster und ich versuche das euch im zeitraffer irgendwie zu zeigen ich hoffe dass ich sie so halbwegs so hin bekomme wie sie hier steht ich weiß auch nicht ob ich da irgendwie noch mal einen grundkurs von der finde dass ich die wirklich nochmal nur aus erinnerung wird das ziemlich schwer aber das ding macht richtig spaß zu fahren und allein das euch noch mal zu zeigen ist auch schön die guckerschecken ist das ding mal nachbauen also wünsche ich euch viel spaß jetzt und dann hoffentlich einfach eine schöne fahrt am ende ja hallo und herzlich willkommen ihr modern consumer und planet coaster fans ihr habt eben gesehen mein video habe ich neulich im moviepark schon vor produziert damit ihr hier noch mal die bahn im hintergrund sehen konntet die wir jetzt bauen wollen und zwar die mp express im moviepark hatte ihre eröffnung 2001 als eraser damals noch soweit ich das weiß und weil ich die einfach ganz cool fand und selber jetzt gefahren bin dieses jahr habe ich mir gedacht brauche ich die jetzt auch mal im planet coaster nach und hier seht ihr noch mal im hintergrund meinen freizeitpark was sie so gebaut haben ich habe mich entschieden dafür dass wir dort hinten in der ecke den park jetzt bauen und den park die bahn jetzt bauen und ja es gibt natürlich nur diese eine hänge achterbahn jetzt hier und das ist genau die richtige die wir auch brauchen für den part der geht jetzt ungefähr eine halbe stunde wie ihr seht habe ich wieder kommentare mir zurecht gelegt aus den letzten beiden videos dass ich die mit euch durchgehe während wir hier das ding gebaut sehen also wie ich das baue und ich werde auch versuchen ein bisschen nebenbei noch zu sagen wo hier die problematik sind problematiken sind und zwar ich mir nebenbei während ich das hier aufgemacht habe deswegen kann es auch sein dass man manchmal so sieht dass ich hier gar nichts mache im bild habe ich also ich gucke hier neben auf meinen anderen bildschirm manchmal habe ich dann einfach auf dem screenshot den ich mir auf dem anderen bildschirm gemacht habe noch mal geschaut wie die bahn so aussieht ich habe ein youtube video mir angeschaut wie die bahn fährt und ja das problem ist bei planet coast dass hier keine höhenangaben sind das heißt man muss ja einfach schon ein bisschen probieren und einschätzen wie hoch das ganze sein könnte und ich habe es jetzt einfach mal so hoch gemacht und während ich das hier gemacht habe ist mir aufgefallen dass man tatsächlich einzelne teilelemente farbig einstellen kann also man kann tatsächlich eine bahn kunterbunt machen wie man sieht ich werde jetzt auch gleich noch später im video hier die bahn dann auch da komplett ob bei der station da in weiß grau machen so wie die express in echt ist ja das erst mal dazu also es ist auf jeden fall eine sehr komplizierte bahn ich werde komplett manuell bauen hier im video also mit keinen vorgefertigten stücken diese loopings und sowas sie wird nicht hundertprozentig werden dazu bin ich da einfach nicht filigran genug und perfektionistisch genug bei so einer geschichte aber ich habe halt auch schon an der bahn wie ihr sie jetzt seht über zwei stunden gesessen und ihr seht jetzt wirklich die zusammenfassung aufs extremste weil ich habe so ein paar fehlversuche rausgenommen die dann noch später kommt vor einigen hier diese loopings und auch die drehungen sind extrem schwer also für mich jedenfalls ich habe mir auch keine anleitung oder irgendwie anderen videos angeschaut wie man es am besten machen kann es einfach aus selber probieren raus gemacht aber ich krieg sie so halbwegs hin und das schauen wir uns jetzt hier nebenbei an und jetzt will ich auf die kommentare auch noch aus dem letzten video eingehen wir sind jetzt im part 25 von meinem let's play und im part 24 hatten wir auch einen kleinen besonderen part da habe ich euch meinen dritten park gezeigt den ihr jetzt nehmen mein dritter freizeitpark ich habe den hier gebaut dann habe ich den anderen und den bei meiner freundin ja also den dritten park gezeigt und da ist diese achterbahn um den berg drumherum und die kam wirklich sehr gut hat sogar 5000 klicks wenn ich das gerade sehe parktour mega berg achterbahn also die klickzahlen sind ja auch krass bei der bahn muss ich sagen ja und kam auf jeden fall extrem gut an dass ich euch mal den park gezeigt habe vor einigen die bahn scheint euch wirklich sehr gefallen zu haben und da kamen halt einige kommentare wieder die versuche ich jetzt wieder ein bisschen durchzulesen kannst du eigentlich die bergachterbahn komplett in deinen anderen park rein machen fände das schon übelst nice wenn das ginge ja und ich habe auch schon geantwortet darauf das geht leider aktuell nicht aber man kann ja in zukunft wohl bahnen speichern und die dann auch anderen zur verfügung stellen und dann kann man die natürlich dann auch in seinen anderen park rein machen ob da jetzt also den berg dazu den muss man dann schon selber drumherum bauen die bahn an sich wird man mit sicherheit speichern können aber das drumherum dieses ganze terrain das wird nicht funktionieren kann also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen weil da müsste man eine komplette gegend speichern können und das geht mit sicherheit nicht auf jeden fall wie gesagt kam wirklich sehr viel lob ich gehe jetzt die kommentare wirklich einfach so spontan hierdurch ohne dass jetzt vorher mir groß gedanken gemacht aber wir haben eine halbe stunde zeit und ihr seht wir sind hier schon vorangekommen ich hätte auch vielleicht ich habe noch gesagt ich baue die bahn und mache direkt hier schon optimieren da alles hier schon alles glätten ich hätte erst mal ganz grob bauen können und dann hätte ich die ganzen feinheiten aber die mache ich ja eh noch zehnmal wie ihr jetzt im hintergrund sehen werdet also das ist echt eine ganz schöne friemelige sache vor allen dingen wie diese automatische ja das automatische ding will das dann wirklich hier irgendwie wieder gerade machen obwohl ich eigentlich die drehung haben wir da oben also das ist schon sehr friemelig aber ihr seht es ja selbst im hintergrund so ich fand die erz achterbahn sehr gelungen wenn das geht kannst du sie ja in youtube park rüber kopieren dagegen halt nicht so und ja dann muss halt wirklich viel geduld haben wenn man das bauen will und bisschen vorstellungs und fantasie vorstellungsgraft und fantasie braucht man schon um das ganze zu machen alles aber da bin ich noch einer von der ganz weit unten ist wenn ich halt andere gesehen habe andere youtuber die da wirklich extrem krasse sachen machen zwischendurch immer speichern ganz wichtig dann wurde auch gefragt wie ich in dem anderen achterbahn im anderen park das machen kann dass die bahn so runterhängt und dann runterfährt das geht natürlich nur in dem einen achterbahn typ der hat dieses element dass man das machen kann beim first drop dass du das einstellen kannst ist ja klar so die hänge achterbahn kommt jetzt date hier nochmal ein zuschauer sehr oft nachgefragt und waren part 25 kommt hat jetzt leider länger gedauert weil ich einfach keine zeit hatte absolut keine zeit so auf jeden fall ja hier nochmal lob wegen der bahn die ich gebaut hatte im letzten park durch den berg die fahrten durch den berg und die holzbalken wirkt die bahn sehr abenteuerlich die 90 grad achterbahn wo man oben stehen bleibt dann ab in richtung der toten köpfe fällt und durch den boden fährt finde ich auch gut gelungen weiter so basti freue mich auf den nächsten parts ja also ich habe mich auf jeden fall sehr über euer lob gefreut eigentlich es gibt eigentlich nie was negatives zu sagen ich wüsste natürlich immer wieder punkte wo man noch mal was machen kann und hier kannst du was machen aber ja dann kommen auch noch mal so fragen hier kannst du mal eine achterbahn wie flug der dämonen bauen ich weiß nicht welche bahn das ist ob das die neu im hansapark sein soll aber die so wie sie im hansapark ist die kann man hier gar nicht mehr planet coaster bauen weil die hat ja diesen fahrstuhl wo es dann von oben runter geht klar dann könnte man sagen dann baut man halt so eine andere bahn aber das war jetzt eigentlich erst mal so das einzige das was ich hier aus echten bahn bauen wollte ich hatte jetzt schon die eine so auch grob gemacht diese erste bahn die ich gebaut habe aber der rest der jetzt kommen wird es ist einfach free das ist mein hier gedanke also was halt so kommt also da werde ich jetzt nicht noch größere projekte machen wo ich weitere echte bahn nehmen werde so dann wird halt öfters auch gefragt wie die systemanforderung ob das auf eurem system dann auch läuft da müsst ihr euch aber am besten mal schlau machen auf der homepage von planet coaster ich denke mal da werden auch irgendwo die systemanforderungen stehen schaut da also noch mal nach die haben wirklich ein sehr ausführliches forum da findet ihr auf alle fragen eigentlich eine antwort ich bin da jetzt nicht wirklich aber ich habe da auch mal öfters mal rein geschaut ja so ah ja das ticket cam ja da hat einer nicht gefunden wo die video beschreibung ist das fand ich auch lustig so hat einen kleinen tipp falls es noch nicht wusstest wenn du scheinwerfer setzt und mit x noch feiner einstellst wo du die dann haben willst kannst du öfters klicken ja klar wenn man die klickt dann baut man die um mehrere scheinwerfer aufeinander zu setzen und somit die intensität vom licht zu verstärken damit lassen sich auch einige geile effekte machen das muss ich auf jeden fall mal probieren wusste ich noch nicht dass das geht übrigens hier kommt ein kniffliger part eigentlich sind alle parts hier von der achterbahn knifflig ich musste auch wirklich in mehreren bildern und in dem video ganz genau hinschauen wie das hier hinten gebaut ist und das ist schon ja es ist nicht so ohne diese kuhle die da ist könnte man vielleicht auch noch machen dass man da so wände hin macht und dass die waren dann quasi wirklich durch nur durch so einen schmalen gang dann durchfährt wie in echt eigentlich auch und da wird ja dann auch unten ein foto gemacht glaube ich oder war es nicht so ich glaube es ist so so ach da kam mir ein sehr langer kommentar im letzten paar da ging es aber auch in meine letzten über meine fifa karriere und sowas da will ich jetzt aber hier in dem video nicht drauf eingehen ja deswegen gehe ich jetzt hier mal weiter eine indoor achterbahn will ich auf jeden fall noch bauen und ob das nur so eine geisterbahn achterbahn wird aber ich glaube ich werde eine normale in der achterbahn bauen geisterbahn vielleicht so eine kleine kinder kinder geisterbahn könnte man überlegen dass man da was macht da habt ihr ich werde es euch bringen die geister ihr habt schon so oft gefordert sie werde ich da irgendwas machen aber erwartet da mal wieder nicht zu viel von mir übrigens kommt jetzt im august auch ein neues update ich weiß nicht genau was da drin sein wird aber es wird wieder was neues geben und ich bin sehr gespannt was dabei sein wird und ja leider habe ich jetzt schon gemerkt dass die version die ich jetzt hier habe das ist ja die alpha 2 den park habe ich nicht in der alpha 2 erstellt den ihr jetzt hier seht und alles was man jetzt mit neuen mit der neuen alpha eröffnet und lädt läuft viel flüssiger und besser aber der park fängt jetzt richtig an zu ruckeln bei mir also ich habe da echt probleme performance technisch und das ist echt ärgerlich muss ich sagen ja ich hoffe dass da mit der nächsten alpha irgendwie noch mal performance schub kommt oder ob das daran liegt dass meine mein park schon so voll gebaut ist ich weiß es aber nicht genau ihr könnt ja mal falls ihr das spiel auch habt auch mal eure erfahrungen sagen von der performance wie gesagt mein park war halt am anfang ja ich meine ich habe jetzt die grafikkarte geholt und es ist halt einfach irgendwie ein bisschen ärgerlich sowieso lange kommentare lesen wenn ich dir auch einfach kurz sagen kann geiler park geile ideen geiler youtuber so dann gehen wir jetzt den kommentaren aus dem part 23 da habe ich ja das riesenrad gebaut und diese psychola dieses drehting in meinen kinderecke was mir auch wirklich also ich finde diese kinderecke wirklich sehr gut gelungen und ich habe leider keinen livestream danach gemacht wo ich dann noch ein paar sachen angepasst habe ich werde vielleicht jetzt demnächst mal noch einen ganzen parten part machen live spielen und dann so sachen ausbessern die ich ausbessern wollte das wird dann wahrscheinlich ein stundenpart wo ich teile den dann in zweifahren zeit doch auf könnt ihr euch dann direkt hintereinander angucken jetzt kommt hier übrigens eine ganz blöde ecke und die reiße ich glaube ich auch wieder ab und wieder aufbauen das ist ja immer noch ja das sind wir ja immer noch beim ab und aufbauen das ist ihr seht es ja im hintergrund das hätte ich eigentlich auch noch cutten können da hätten wir noch mal fünf minuten gespart aber gut okay so ich will das mal chronologisch mir anschauen vom part 23 da ist wirklich verdammt viel geschrieben worden von euch da sind wirklich über 60 kommentare die ich jetzt natürlich nicht alle vorlesen kann so aber wie immer gute resonanz von euch und da wurde vorgeschlagen ob ich einen westling ein wrestling ring bauen kann aber das hörte sich dann ich habe da keine also nee da da hört die fantasie bei mir auf muss ich so sagen so die euro mir sieht echt klasse aus also die euro mir im europapark ist die in dem war einer weißen kugel da habe ich irgendwie eine falsch gemeint als ich dann neulich drüber gesprochen habe so dann hat noch jemand nach einer erotischen bahn gefragt soll ich da zwei möpse in die gegend stellen und eine bahn drum herum fahren lassen oder was hast du dir da vorgestellt also ich meine gut mit der terrain 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 modellierung kann man einiges machen aber nee das soll hier nee das ist das ist mir zu schweinisch für dieses let's play hier das passt irgendwie nicht dann fragt da einer wann die bahn im fernsehturm kommt ja da hatte ich ja mal gesagt da könnte man ja in dem turm noch was machen und das kann ich jetzt noch nicht sagen wann wir müssen mal gucken wie es weiter geht ich ich bald ist der park voll schon ne ich weiß es nicht das kommt dann wenn es kommt dann kommt es ähm so coole idee mit der achterbahn durch das riesenrad kann man eigentlich eine wasserbahn bauen wenn ja bau das doch mal ähm wasserbahn geht noch nicht zu bauen ich weiß auch nicht ob da noch eine wasserbahn kommen wird aber wasser wird allgemein kommen das soll noch vorhanden sein so ah stimmt ich wollte habe ich habe ich eigentlich schon ich habe noch gar nicht hinter die burgerbahn einen burger stand gemacht das muss doch auch mal sein ähm ja wieder lob also gang dieses ganze lob kann ich jetzt gar nicht alles vorlesen aber es freut mich einfach sehr das immer zu lesen und in holz achterbahn wenn das im nächsten part kommen weil im nächsten einer nächsten alpha kommen würde würde mich sehr freuen drüber eine holz achterbahn zu bauen so richtig schön roller coaster so eine alten das wäre schon ziemlich geil wo sind wir jetzt eigentlich wir sind jetzt bei der hälfte vom video ungefähr das heißt ich habe noch zeit so ich schaue mal kurz also wie ihr seht und wenn ihr die bahn in echt kennt es kommt nicht hundertprozentig hin das war auch nicht mein anspruch das hundertprozentig zu schaffen und hier komme ich jetzt an die problematik dass hier eigentlich an der stelle zwei schrauben sind und man dann eigentlich praktisch unter diesen rubbel den ihr im hintergrund seht wo man so hoch geht und dann runter in diese versenkung ja eigentlich kommt kommt das irgendwie damit verzwirbelt geht das da weiter aber das habe ich hier einfach das passt einfach von den proportionen nicht hundertprozentig bei mir deswegen komme ich jetzt auch hinten nicht gescheit in die kurve rein vielleicht hätte ich das ganze einfach ein bisschen weiter nach links verschieben müssen aber ich komme jetzt nur mal so an aus der kurve ich hätte weiter nach links kommen müssen scheiße und deswegen wurde es jetzt mit den zwei schrauben bei mir viel zu eng und ich krieg die irgendwie nicht gescheit die schrauben ich weiß nicht wie ich am besten machen kann ich versuche es hier mal wie ihr jetzt seht aber so richtig klappen tut das auch nicht und mir war die zeit dann auch wirklich zu ehrlich da muss ich sagen habe ich geschludert mal wieder an der stelle und ich versuche da jetzt gleich eine eine lösung zu finden wie man es dann irgendwie ja ich reise auch noch mal ab und hin und her auch das hier geht in der echten bahn nicht genau so lange wie es jetzt bei mir ist aber es kommt ungefähr hin es macht so den ungefähren eindruck als wenn es die bahn wäre und deswegen ist es okay es ist okay so und wir gucken weiter in die nächsten kommentare von euch ja nach der glattbach karriere mit fifa wird auch immer wieder gefragt und welche grafikkarte hast du da kommt jetzt am wochenende bei mir ein video raus da stelle ich meine grafikkarte vor das ist die gtx 1060 also 1060 von gigabyte ich habe sie sogar hier liegen auf dem karton ist das nicht schlecht nein nicht gut ja die grafikkarte habe ich ich weiß nicht ob man das sehen kann auf jeden fall die stelle ich noch mal in meinem kanal vor habe ich auch eingebaut im video also könnt ihr euch dann noch mal ausführlich anschauen da erzähle ich auch was von der cpu ich habe und das wird dann da auch in der video beschreibung noch mal verlinkt sein so facecam kam auch gut an freut mich auch für euch dass ihr da ein bisschen mehr personality von mir seht wisst ihr was ich auch überlegt hat was wir machen müssen ich muss mal so ein part machen wo wir mal zusammenschnitte von den ganzen videos die wir haben wie der park angefangen hat wo noch nichts da war und alles sich so immer mehr aufbaut das ist schon auch glaube ich geil anzusehen wenn man sich so die entwicklung anschaut also so langsam kann man den preis aber wirklich hier auf 25 30 euro locker hoch machen echt locker 30 euro mindestens so was würdest du aus dem phantasialand nachbauen wenn ich es machen würde aus dem phantasialand finde ich einmal die achterbahn im dunkeln ziemlich geil dann black mamba ist natürlich auch extrem geil also die könntest du natürlich hier auch nachbauen gibt es eigentlich eine vierer hängebahn gibt es aber glaube ich gar nicht du könntest halt einfach nur diese wie ich sie jetzt hier habe bauen bei in der black mamba können ja vier nebeneinander sitzen und die ganz neue die habe ich mir noch gar nicht angeschaut aber die sah vom aufbau als ich die gesehen habe auch ziemlich geil aus also die würde ich auch würde ich mal gerne fahren hier wenigstens mal bei planet coaster so nicht probiert so dann kam hier von einem das ist auch so ein geiler kommentar ich hab ich habe mega den guten pc aber es rucke trotzdem durchgängig kannst du mir einen tipp geben ich frage ihn was hast du denn für einen mega guten pc vor zehn jahren vor mega gut oder sowas ne kann ja sein um wir kommen jetzt gleich zur ersten testfahrt ja das sind dann so die kommentare da kann man nicht viel mit anfangen so ein wing coaster soll ich mal bauen kannst du ein bisschen was am flug der dämon aus dem heidepark ach da ist es her kenne ich gar nicht kenne ich gar nicht muss ich mir mal anschauen so und was die grafikkarte angeht empfehle ich dir auf jeden fall eine 980 ti oder 980 und falls du nicht zu viel investieren willst eine 960 4 gigabyte ich habe jetzt die 1060 960 das ist eine ältere version das muss ja jetzt für die zukunft gerüstet sein deswegen die 1060 auch für direct x 12 so ach hier hat er noch mal geschrieben tausend kommentare läuft eigentlich flüssig habe durchgehend 30 frames ja gut dann musst du mal das Dings ausstehen wie heißt es noch mal ich komme gerade nicht drauf wo die die frames limitiert werden ich komme ich weiß gar nicht wie es heißt da ist so ein haken kannst du tauseln kannst du ausmachen hast du sogar noch mehr frames so und jetzt machen wir gleich die erste test fahrt und das ist auch überhaupt die letzte test fahrt und dann wird auch so ein bisschen drum herum gebaut und ja ihr seht die letzten feinheiten werden hier gemacht und ja auch hier hinten das letzte stück ist ist es ist nicht ganz optimal aber wir schauen uns jetzt mal an die fahrt so sind auch so viele kommentare die ich nicht kommentiert habe ja farbe kann man noch anpassen und da geht es los ich finde das macht schon mal einen sehr guten eindruck wir gucken uns das ding erst mal von außen an von außen sieht es ganz geschmeidig aus und es ruckelt halt leider leicht dieser park läuft leider nicht ganz flüssig ja auch die kurve hier schön genommen die sind echt glaube ich ein bisschen größer und als fährt auch ein bisschen schneller durch die bahn vielleicht ein bisschen schneller und hier hinten ist es halt jetzt so gemacht anstatt eine zweite drehung geht es halt einfach schräg weiter und dann kommen wir schon hier ins ziel rein ich hatte eigentlich das gefühl die bahn ist länger aber sie ist so lang wie sie jetzt hier ist und jetzt fahren wir dann gleich auch direkt noch mal in der first person perspektive mit ich hoffe sie gefällt euch ich hoffe ihr seid zufrieden mit dem ergebnis wie sie jetzt geworden ist klar man kann hier noch so ein paar kleine kleinigkeiten machen aber ja der wille war da und steig ein da los vorn rein zack ja ja das ding hier das geländer ist auch nicht so hoch und jetzt geht's los ja wir fahren jetzt mal geschmeidig mit so zack die kurve und wir sehen jetzt die so kleinigkeit mehr da so ein hin und her noch keine ahnung wie ich das besser hinkriegen soll das schwankt so ein bisschen rum das hier könnte man noch ein bisschen gerader machen da schlackert es immer wieder mal rum aber an sich ist die fahrt schon vor allem dieses diese drehung war geil und die ist jetzt halt leider nicht vorhanden deswegen geht es jetzt halt so hängst du dann so rum und dann sind wir da hier könnte ich auch noch mal so ein runter und hoch gibt es glaube ich auch in echt machen muss man noch mal nachträglich ein bisschen was verfeinern das werde ich auch noch mal machen und ich glaube hier geht es so ganz langsam schräg runter hier habe ich ein bisschen zu steil gemacht und damit ist die express gefahren und ich hoffe sie gefällt euch die fahrt und jetzt wird noch das drumherum so ein bisschen gebaut und schauen wir uns das ding noch mal von außen am ende an und das sind jetzt quasi noch die letzten zehn minuten geht das jetzt noch ist natürlich noch ein gutes stück ich habe aber auch noch sogar noch ein großes stück weggeschnitten damit ihr das gleich damit euch das gleich erspart bleibt ja so also weitere kommentare ich baue jetzt noch die zwei gebäude stehen so zwei einmal das hauptgebäude natürlich und noch so ein kleines nebengebäude ihr könnt euch ja mal bilder bei google anschauen zu der bahn dann seht ihr da ist noch ein bisschen was drumherum aber ansonsten ist es relativ kahl so basti was ist denn momentan deine motivation videos zu drehen fragte alexander ja einfach der spaß daran es macht mir ja schon immer spaß aufzunehmen und euch das zu zeigen und dann positives feedback zu bekommen das macht einfach spaß also weiß nicht das ist wie das ist einfach ein hobby ja und deswegen mache ich das wenn ich keinen bock drauf hätte dann würde ich kein video machen ich bräuchte die planet coaster videos nicht machen das gucken ja die wenigsten auf meinem kanal habe ich ja schon mal erzählt und von daher dann hat hier noch einer geschrieben ich habe von anfang an bis jetzt immer deine folgen gesehen und fühle sie einfach finde sie einfach richtig geil könntest du vielleicht auch mal ein festzelt oder eine show in dein freizeitpark machen da hat er auch schon mehrere leute hatten vorgestanden dass ich eine bühne baue und man da irgendwie eine bahn macht da könnte man so ein festival eine festivalbahn bauen so ungefähr da hätte ich wirklich bock drauf also so wie das stadion halt eine riesen bühne bauen mit scheinwerfern an der seite oder sowas das wäre glaube ich auch nicht schlecht wäre mal eine idee wert falls du sowas gemeint hast überhaupt so ich habe eine frage wenn man sich jetzt zum beispiel eine early bird version kauft welche du ja auch hast muss man dann wenn man das richtige spiel rauskommt extra bezahlen ne natürlich nicht wenn man sich die vorgänger version kauft äh die vor ab version kauft quasi dann ist die kriegt man am ende die komplette version auch dazu das günstigste ist ja dass man die komplette version kauft kostet um die 20 euro aber dann kriegt ihr die erst wenn das spiel offiziell rauskommt und das wird dann ende 2016 wahrscheinlich anfang 2017 sein so die zanzara zanzara am zocken die hatte jetzt auch mal mit dem hatte bei mir kommentiert hätte auch mal mit dem alfpuschen video gemacht habe ich mir angeschaut die beiden sehr sympathisch fährt auch gern mit den ruhigen attraktionen mit in der freizeitpark die stadion durch die stadion durchs achterbahn finde ich richtig super ja freut mich so grüß dich du hast einen kommentar vorgelesen bezüglich geisterbahn und gesagt dass das nicht gehen würde weil es keine achterbahn gibt die so langsam ist ich habe von einiger zeit ein video gesehen wo gezeigt wird wie man eine achterbahn mit konstanter geschwindigkeit durch ein landschaftsgebiet tuckert ich habe es versucht in meinem verlauf zu finden aber er hat das nicht gefunden das video aber auf jeden fall ähm ja ich weiß auch dass das geht da kriegt man eine bahn hinten brauchst du ja nur diese einen antriebsräder machen dann fährt die bahn da konstant langsam lang das geht kann man machen und ich werde eine geisterbahn bauen für euch baue ich eine geisterbahn ich muss mir nur was einfallen lassen wie das irgendwie halt nichts gruselig rüberkommen könnte und damit sind wir jetzt eigentlich auch alle kommentare durchgegangen das video neigt sich noch nicht dem ende zu aber vielleicht fällt mir ja noch was ein was ich erzählen kann oder auch nicht meine pläne für die zukunft habe ich aktuell hier nicht muss ich ehrlich sagen also wie gesagt eine geisterbahn kann man machen ich bin eigentlich immer noch unzufrieden mit dem park eingang eingangsbereich da vorne wie gesagt das würde ich halt gerne in so einem park machen wo ich dann einfach komplett live spiele weil ich das jetzt im live stream nicht gemacht hatte das war einfach noch so alles ein bisschen drum herum schmückt und jetzt habe ich erst geplant übrigens das gebäude da drin zu bauen habe ich gedacht komm nee das brauchst du einfach nebenan und ziehst das dann rein ja und ansonsten müssen wir das alles noch ein bisschen voll kriegen ich muss ja auch jetzt seht ihr gleich ich habe ja hier die bahn ich habe euch auch jetzt nicht gezeigt wie der weg dahin gebaut wird und sowas wir müssen hier auch noch sachen hinten hin bauen damit die leute dahin kommen ich habe die bahn nämlich schon aufgemacht und es geht kein arsch dahin was ich irgendwie sehr scheiße finde ich bin da auch mal sehr gespannt wie sich die wegfindung da weiter verhalten wird also da bin ich nicht ganz so zufrieden mit mal jetzt hier also das war so ein bisschen außen noch also hier mache ich jetzt auch ein ganz einfaches gebäude hin also das auf jeden fall zu planen dass ich das machen werde und dann ja hinter dem stadion ist noch platz wir haben die komplette ecke hier neben der bahn noch frei wir müssen gucken dass wir die leute da hinten hinkriegen noch mal weitere bahn bauen sonst müssen ja auch nicht ganz die großen bahn sein es können auch kleine schnuckelige bahn sein ja also das ist so der grobe plan ich will zumindest will ich auf jeden fall alle attraktionen diese normalen attraktionen in meinem park mal gebaut haben ja die achterbahn werde ich nicht alle hier rein kriegen aber somit dass ich wenigstens alle bahn alle attraktionen einmal hier irgendwie rein geschmückt hat und wir da gut aufgestellt sind mit dem park es geht schon die musik los das ist doch schon mal schön aber gut ich habe auch noch andere musik im hintergrund eingefügt ja hier habe ich noch dieses dach hin gemacht in sollen und hier soll dann der weg später noch diese warteschlange durchgehen und da habe ich jetzt überlegt mache ich da noch so pfosten hin in echt sind das so wellbleche aber sowas gibt es ja hier leider noch nicht und jetzt kommt noch ein kleines ärgernis hinzu und zwar dass die pfeiler von der bahn da durchgehen ich dachte man könnte das irgendwie machen dass die da nicht durchgehen einer bestimmten gebäudeteil gehen die nicht durch und ich weiß jetzt nicht welche das sind man weiß es nicht ja aber falls ihr da einen tipp habt wie ich das machen kann dass diese balken da nicht durchgehen diese pfosten stützweiler sagt mir gerne und da werde ich das noch korrigieren und jetzt seht ihr hier doch ein bisschen boden reingemacht also wenn man die beiden jetzt so von außen sieht und sich ein screenshot beziehungsweise ein bild anschaut davon dann sagt kann man sagen ja das kommt hin und da hier vorne noch so ein gebüsch ist habe ich gedacht komm das macht jetzt auch noch schnell hin ihr habt es am anfang gesehen wo ich da im video stehe ich stehe auf dem weg davor und den wollte ich wenigstens auch hier so hin machen im spiel dass wir das dann so ein bisschen haben ansonsten steht ja wie gesagt wirklich kahl darum und jetzt frieme ich mir wieder einzurecht das hätten wir auch raus katten können ich weiß nicht ob ihr das so was sehen wollt wenn ich jetzt noch die ganz kleinen kleinigkeiten dahin mache jetzt seht ihr jetzt seht ihr wieder meine lieblingsbeschäftigung mit den steinen drumherum sortieren und man wird das ja auch so machen dass das nicht großartig immer aussieht als wenn du den gleichen stein da nebeneinander gemacht hast sonst ist es ja auch zu einfach deswegen kriege ich da immer wieder hin und her und macht dann doch mal einen anderen dann ineinander und hast du nicht gesehen und dann kommen wir so langsam dem ende entgegen übrigens habe ich heute andere webcam an und auch die farben ich finde es irgendwie so komisch heute oder hinten hängt mein hemd noch von der stoke city karriere ja so bäumchen hier bäumchen da damit das wieder ein bisschen voller ist da habe ich ja wirklich alles platt gemacht da hinten und dann kommen jetzt noch die wege und die werden jetzt nicht sehen also ich baue jetzt noch den weg vorne dran aber die verknüpfung nach hinten zu dem anderen mache ich dann einfach so der eingang ist in echt auch so gemacht wie ich jetzt hier gemacht habe also die eingänge an dem gebäude da aber der weg vom park ist jetzt natürlich anders und ich bin so gespannt leute also wenn ihr rollercoaster teig und früher gespielt habt da gab es echt freaks die haben die echten parks da komplett originalgetreu nachgebaut so wie man es im spiel machen konnte aber da hatte man nicht annähernd so möglichkeiten wie hier und ich freue mich schon wenn ich wenn irgend bekloppter da draußen ist der die echten parks nachbaut und man sich die laden kann und dann da durchladen kann ich freue mich einfach so irrsinnig darauf wenn das leute dann machen es gibt ja immer genügend leute die da wirklich unmengen an zeit rein investieren und ich hier mit meinem kräpeligen park daneben so jetzt kommt noch das stückchen weg und dann sind wir zu ende mit dem video zu ende und schauen uns die bahn einmal noch von unten an im nächsten part werde ich dir hoffentlich noch ein bisschen ausgebessert haben und zeig euch das dann noch mal kurz und dann fahren wir dann noch mal gerne mit also ihr könnt gerne in die kommentare schreiben was ich dann noch im nächsten part machen soll bis zum nächsten part mit der bahn wenn ihr da wünsche habt und ansonsten guckt euch screenshots wie gesagt an und vergleicht das hier mit ich habe ja hoffentlich ein thumbnail gemacht wo man das so sieht und bedanke mich fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns bald wieder lasst mir bitte ein like da wenn euch das video gefallen hat bis hierher und die bahn auch und damit bin ich jetzt erstmal raus den zaun habe ich jetzt auch nicht drum herum gebaut da ist ein zaun noch drum ja den zaun lass mal weg aber ich finde das ist doch eine geile bahn geworden also es ist wirklich ein cooles ding so wie in echt ungefähr und damit verabschiede ich mich macht's gut bis zum nächsten mal euer basti oder auch modern consumer schaut gerne in mein video hier unten rein wo ich zeige wie ich meine videos zum beispiel mache bis zum nächsten mal